Oha, sie kommt einfach zu dir. Aua! Flugmodus rein. Mach den Flugmodus rein. Boah, guck mal, wir wählen voll die krasse Boygroup. Stimmt. Oh mein Gott. Guck mal, du bist so, keine Ahnung, ein Bauer, du wurden schwarz und schwuler. Warum bin ich ein Bauer? Weil du auf den Bauer du oben nebst. Das wird unser erster Song. Mach den Flugmodus rein. Yeah. Mach den Flugmodus rein. Okay, seid ihr ready? Eine YouTube-Boyband, lass das wirklich mal machen. Das wäre echt voll cool. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit Special-League-Special-Guest Joey's Jungle, Dylan White, und mir und mir. Das ist Gertrude. Gertrude! Boah, ja genau, alles in mein Gesicht dran. Gertrude hat einen freshen New haircut. Gertrude hängt jetzt voll hier in mein Gesicht. Wie ist sie so nach? Sie zeigt schon ganz schön Zuneigung, ne? She's ready. Übel, denn heute ist... Extreme Jungle Function! Now Dare! Und heute gibt es ein super Video von uns. Wir haben ein paar Challenges kombiniert, und zwar die What's in my Box Challenge. Oh, ihr könnt sogar hinten halten da drin. Oh, hi, hi. Wie heißen sie übrigens? Ja, weiß ich auch nicht, danke, tschüss. Und außerdem haben wir noch die Chubby Bunny Challenge. Die ist super. Richtig schlecht verkauft ist übrigens. Die ist super! Wir dachten uns, wir kombinieren diese super Challenges. Jeder von uns hat zehn, ne sieben, wie viel? Sieben. Sieben Dinge rausgesucht, die wir jeweils dem anderen in die Box reinpacken. Dann müssen wir da... Dann müssen wir da so in die Hand reinstecken und gucken, was da drin ist. Und dann muss man sich versuchen... Je, ich kann gar kein Deutsch reden. Dann muss man so schnell wie möglich erraten, was in der Box drin ist. Und dann muss man das ganz schnell laut sagen. Und Dylan entscheidet, ob es richtig ist. Dylan ist der Schiedsrichter hier heute. Derjenige, der es als erstes gesagt hat, also richtig, der kommt ein Punkt und der andere muss sich hier halt so... Ein oder zwei? Sind wir extreme? Also extreme ist halt crazier, ne? Wollen wir crazier, oder? Also zwei... Ja, egal. Wir machen zwei! Dann muss ich zwei Marshmallows in den Mund stecken und dann ist es halt für den in der nächsten Runde schwieriger, seinen Begriff halt auch zu brechen, noch einen Punkt zu bekommen. Eigentlich ist es schon hart. Schon mal vor, du machst zwei Runden verkackst, du hast schon vier Marshmallows im Mund. Das Problem ist, ich glaube, man kickt nur fünf in den Mund und dann ist Schluss. Es zählt halt auch nur, wenn ich es verstanden habe. Das heißt, wenn ich einmal geknechtet bin, bin ich wahrscheinlich das Ganze wieder geknechtet und hab am Ende... Keine Ahnung, die ganze Packung im Mund. Sehr gut! Okay, also ich glaube, wir haben das Prinzip verstanden. Es geht los. Ja, wir haben Sichtschutzfreunde. Er hat so einen Schal. Ach, jetzt ist er nicht mehr räudig, ja? Eben war er noch ein richtig räudiger Schal. Nein, das war der Gibelschal. Gubbel. Gubbelschal. Was ist denn jetzt ein Gubbel? Ja, gubbelig ist so... Weißt du, so... Das halt, weißt du? Ich hab so eine richtig schöne... Sag ja nichts Falsches. Hat das Auge ausgestochen mit dem Stern? Nein. Du hast gerade irgendwas getan, ich weiß es ganz genau. Ja, was ist denn jetzt hier? Mach deinen Sichtschutz! Wieso muss ich drauf machen und Marvin nicht? Weil sein Teil noch nicht hier ist! Das war voll scheiße. Wir machen übrigens, damit man es nicht hört, was drin ist. Hast du es jetzt mal drin? Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Du musst einfach nur dieses Stöpsel in dein Ohr stecken. Ja, es wird irgendwie leise. Woher weiß ich denn, wann es los geht? Ja, Dylan sagt dann irgendwas, ne? Ja, das Ding ist, ich höre jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht mal, ob ihr mehr antwortet. Hallo Marvin, hörst du mich? Bleib jetzt einfach so sitzen und warte, bis irgendwas passiert. Marvin, hallo. Ich wollte nochmal ganz kurz... Okay, jetzt musst du richtig laut! Okay, jetzt musst du richtig laut! Okay, beide können anfangen... Das war echt, Entschuldigung! Ich hab die sympathisch abgerufen! Okay, mach aber vorsichtig Marvin! Drei, zwei, eins! Ihr könnt anfangen! Oh mein Gott! Es ist hart! Ich schwöre, ihr habt ein Tier reingesteckt. Habt ihr einen fucking Hund da reingesteckt? Das ist dieser komische Baum, dieser Dekobaum von uns unten aus dem Wohnzimmer, richtig? Oha, ja! Aber er hat gesagt, ihr habt einen Hund da reingesteckt! Lass ihn doch nochmal fühlen! Lass ihn nochmal fühlen! Er weiß es noch nicht genau! Jetzt fühl doch mal richtig! Ist das der Po? Ja Marvin, kraft so das Hut von am Arsch! Oh, wer sieht denn? Hey girl! What's poppin? Okay! Hast du mir heute morgen ein Ei gemacht? Komm mal! Was denn? Ich hab Scheiterbamme! Boah, die stinkt echt krass! Sie ist voll die Räutige, aber ist egal! Ich bin voll die Räutige! Du kannst sie auch ruhig festhalten, also sie pickt nicht oder sowas! Wirklich nicht! Ich hab sie schon beleidigt und ich hab ihr Kind gegessen! Also nicht ganz! Das ist echt ne Liebe! Das ist echt voll die Süße! Wie heißt sie? Caroline! Caroline! Spring in deine Box! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das eklig! Oh mein Gott! So, lieber Joey! Warum bin ich jetzt dran? Der Erste war! Das geht aber noch voll klar! Aber die hat so drin, lass uns verlegt! Die werden so richtig durchsuppen einfach! Wollen wir einfach mal aufhören, dass ich die nicht esse! Das schmeckt voll lecker! Joey's Jungle! Am Ende esse ich alles halbwegs auf! Dann bin ich so, hä? Soll ich so hier bleiben? Uuuuuh! Du siehst so aus wie der Typ von Grinch! So siehst du mich aus wie ein Kamel! Da wird einfach schon die Hälfte davon gegessen! Hallo! Ne, du kriegst jetzt einen neuen! Also nur noch beide da, guck! Ah ok, ja ich seh's! Ne, wieder vorsichtig sein! Ohhhhh! Und vor allem auch wieder ein bisschen so nicht genau hören, was es sein könnte! Und ihr könnt loslegen! Jetzt schon? Ja! Ok! Bommel! Was denn denn? Das ist doch scheiße! Der muss ja gar nicht mehr abtasten, oder? Ihhh, was ist das denn? Ist das schleimig? Ich kann es gar nicht so richtig erörtern, was das sein soll! Ne Bürste? Ja! Was macht man denn damit? Hast du das bei uns zuhause gefunden? Ja, in eurer Küche! Hä? Was ist das denn? Boah, Bommel riecht aber auch ganz schön! Strecken! Meine Tiere stinken alle! Das ist doch nur scheiße, ey! Jetzt holt nicht noch ne Katze! Das errate ich auch, wenn ihr noch mal sagt, seid bitte vorsichtig! Bei Meertieren könnt ihr da nicht mehr reinpacken, die ich kenne von hier! Ihhh, diese Cyber-Kaninchen von unten! Wenn ich wüsste, dass es da drin, würde ich nie mehr als reinfassen! Heute habe ich eins von den Marshmallows gegessen! Ach Joey! Aber er hat dies nicht gesagt, so ne Scheiße! Ich krieg richtig Karies, ich merk das voll! Meinst du? Das tut voll weh an den Zähnen jetzt! Egal, wir setzen die Zahnarztrechnung alles einfach ab! Okay, Killers! Ist schon drin? Ja! Ist schon drin? Vorsichtig sein! Ihhh, warum musst du das nass machen? Hä, bei mir ist wieder irgendeine Pflanze, hä? Wasser, Trinknarf, Ihhh, was ist das denn? Es ist ne Pflanze! Moos! Oh ja, es ist Moos! Es ist Moos! Wie? Wo hast denn du das her? Was man bei euch alles im Haus findet, ne? Im Haus hast du das gefunden? Chaos, wir hatten Haus im Moos! Ne, Moos im Haus! Ist das Mundspülen? Ist das so Toilettenreiniger? Einmal Waschmittel! Ja, ich bin jetzt bei dir gleich! Ne, das ganze Video ist dieses Scheiße im Mund zu haben, ey! Schatze! Was zur Hölle geht denn jetzt hier ab? Ah, das wird echt eklig mit diesen Marshmallows! Ich hab's wieder auch so den angegessen! Was? Ne! Oh nein! Nein! Wir machen jetzt rechtenswurst dein Mund! Danke! Lecker! Isst du auch schon einen Dillen? Er gönnt sich so handlich! Der hat so richtig Bock! Die schmelzen halt einfach im Mund so weg! Ist doch eigentlich voll gut, oder? Ja, aber halt eigentlich voll kontraproduktiv für das Spiel hier, ne? Okay, ab jetzt machen wir mal drei! Oh nein, Mann! Es geht los! Wie? Das ist Dillens Hahn! Oh Mann, das ist doch Scheiße, Marvin! Sag immer nicht so! Ich will dich noch mehr von den Dingern haben! Du kriegst jetzt aber drei! Du hast dich grad eben beschwert, dass es nicht genug ist! Oh Mann! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich bin wieder für eine Scheiße! Wo kriegst du sowas her, hä? Das ist ein Taliengurt, okay? Das weiß ja wohl jeder! Den machst du so rum, guck mal! Und dann bist du Snatch! Sooo! Sieht ein bisschen aus wie so'n Fetisch-Ding, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie so'ne Peiche! Aber Dings! Wir haben jetzt die Marshmallows erneuert, weil die irgendwie geschrumpft sind! Das heißt, du bekommst jetzt deine ersten vier! Oh! Und jetzt noch deine drei! Und jetzt keine Ahnung, wie die noch hin soll! Jetzt kannst du in Wolke raus! Ja, Ruhe jetzt! Ich mach den Mund so! Nimm deinen Maschmallow in den Mund! Lebst du, ne? Ich mach den Mund gut nicht ins Grund! Ihhh! Der löst sich auf und dann rutscht der in so'n Stücken runter! Ihhh! Kannst du mir in den Fons machen? Ja, jetzt laber mich mal nicht voll! Hast du'n Verschlupf, brauchst du'n Neu? Lügst du schon wieder? Ich empfehle wieder Vorsicht auf beiden Seiten! Kotz Joey gerade! Ja, er hat gekotzt! Okay, sie sind raus! Es ist so irgendwie, ich klinge die ganze Zeit Würgereize! Wir müssen einen rausnehmen, okay? Aus dem Schweizer darfst du sechs reinmachen! Okay, können wir? Ja! Ah! Fucking Joey's Cactus! Dafür kriegst du drei Marshmallows! Ich hab so'n Stachel im Finger! Guck mal, ich blute! Guck mal, wieviel Stachel ich im Finger hab! Ich hab' jetzt dann fast das Bein gebrochen! Du fasst halt einfach komplett rein! Ich zieh' dann mal Schmerz schon wieder raus! Ey! Ja, lach' du mal doch! Ich möchte... Ja, sag' mir das doch mal einer! Sag' ich doch! Ja, jetzt lass' mich doch mal ganz kurz hier klarkommen! Was ist das hier überhaupt für'ne Scheiße? Das haben wir in deinem Töpferleifstil noch! Schrei' mich nicht an! Mehr als sechs passen nicht rein, sonst geht gar nix mehr! Das würg' ich die ganze Zeit nur! Es war so schlimm! Ich wollte euch sagen, Leute, ich muss würgen! Und du so, jetzt halt die Klappe Joey! Okay, dann machen wir das so! Er gewinnt! Er darf einen rausnehmen! Und mehr als sechs darf man nicht reinmachen! Das heißt, du hast jetzt nur sechs! Und du machst jetzt auch sechs rein! Ich mach' sechs rein?! Aber das war die ganze Zeit besser als du! Nee! Ich mach' jetzt einen raus, weil ich gewonnen habe! Ihhh! Dylan lacht schon! Ich möcht' nicht mehr! Ich hab' Angst! Nein! Warum?! Ihhh! Wenn Dylan lacht, das ist kein gutes Zeichen! Ihhh! Und wie hässlich er lacht! Ich komm' nie mehr her! Hast du sechs im Mund? Mhm! Sag' mal was! Kann ich sagen! Oh mein Gott! Hast du das Blut schon rausgemacht? Ich bin dabei! Okay, danke! Love you! H-D-G-D-L-X-O! Nee, X3? Wie geht das? X3 hab' ich nicht verschleun, was er dahinter ist! Das soll ein Herz sein! Mhm! Das konntest du wohl auf dieses Symbol nicht benutzen! In einem Account, in so einem Nickname bei Knuddles zum Beispiel, und dann hast du ein X genommen! Ach so! Ich dachte, X3 wär' so einer, der sich so... Mhh! So schön, alles gerade so komisch freut! Hä? Hä? Wie hast du denn damals geflirtet auf Knuddles? Okay, Kenas! Geht's los! Können wir rein? Ja! Mhh! Was ist das? Ihhh! Herze! Ist ne Gerze richtig? Nein! Was ist denn das? Es ist aus Wachs! Es ist aus Wachs! Ihhh! Das ist ne Wachsfigur! Welche Form? Ne Eule! Ja, ist ne Eule! Ja! Ihr habt diesen Schlupfglanz... diesen Schleim... diesen Flutschfinger da benutzt! Wo sind deine Wünfel? Wo ist was? Dransinchen! Was? Dransinchen! Dransinchen! Und der andere? Du durfte ich rausnehmen, weil wir eben gewonnen haben! Das war unfair! Nein! Du wolltest nicht noch mehr! Du darfst jetzt auch einen rausnehmen! Weil du gewonnen hast! Weil du gewonnen hast! Boah! Herr Malek! So wie... Warum müsst ihr immer planen? Na na naaa! Wir haben einen Backmeer! Ich hab ihn noch nie gehört, ey! All gesehen! Okay, das reicht! Oh, fast das Stück! Oh, das ist so süß! Kennen wir? Ja! Ja! Und los! Ja! Ah! Ah! Das ist voll unfair! Das war doch meiner! Ja und? Vielleicht hab ich den auch ausgesucht? Was ist sie denn? Sie sollen mal ihr Make-up erst mal richtig machen, ey! Love it! Dann kann ich mich mal rüben! Die Löwe! Die Sportler so Boxkampfersucht! Was war das denn? Sorry! Du hast so komisch gegurgelt! Hä? So googelt man doch! So googelt man! Boah! Das ist wirklich! Das ist ein Flugzeugmodus! Vorsichtig! Oh ne! Ah! Oh nein! Ich bin schon rein! Nein! Jetzt bin ich auch auf den Marsen rausgekommen! Vorsichtig! Gönnen wir! Die Katze! Wie dieses Cyber-Kaninchen! Ist das die Katze? Ich find's gar nicht! Ist das ein Schaf? Und jetzt musst du noch einen herausfinden! Oh nein! Das hat mich schon geboxt! Ich hab den Futter hingehalten! Es hat mich getreten! Ist das voll lieb! Ist das echt voll lieb? Ja! Wenn ich das jetzt beich bin, ich bekomme Tetanus oder irgendwas, ne? Ist das vorbei! Das ist voll schlauschig! Aber ich höre, das sieht aus, als wäre das acht Jahre nicht gebürstet! Gar nicht! Hallo? Das ist voll weich und fluffig! Nee, guck! Weich und fluffig! Ich hab das locker seit 18 Jahren nicht mehr gebürstet! Kommt, ob das alles abkommt! Boah, ja klar! Jetzt ist alles hier drin! Schrei mich nicht an! Lässt dich hin! Ich darf ihm nix sagen! Einfach! Ich kann so richtig laut Dinge runterschlucken! Krass! Okay, lass uns weiter machen! Wollen wir jetzt für die Special-Runde einfach alle reinmachen? Damit wir's beide schwer haben! Geht schon los? Es geht los! Und vorsichtig sein? Nee, aber Marvel vielleicht! Nein, dann musst du auch vorsichtig sein! Drei, zwei, eins! Ich versteh's nicht! Tauchschlappen! Sind Tauchschlappen? Nein! Hä? Ich hab die gute Stute! Oh nein! Geil! Ich hab versucht, es anzumachen! Ja, aber dann hätte ich's doch sofort erwarten! Ach, ihr wolltet meinen Finger! Ja! Ihr seid voll die hässlichen Leute! Warum ist das denn? Das ist ein Self-Tan-Applikator! Joey, kennst du nicht Self-Tan-Applikator? Mann! Peinlich! Mh! Mh! Was machst du? Wie weit sie kommt! Sie ist so richtig weg! So! Freunde! Ja! War super! Wenn euch das Video gefallen hat! Das gehört ein Däumchen nach oben da! Vergesst nicht bei Joey vorbeizuschauen! Bei unserem Video! Aber auch sonst bei Dylans Kanal! Alle Links sind unten angepinnt! Sorry, mein Kind funktioniert nicht mehr ganz! Also wie gesagt, die ganzen Links zu dem Video, zu den Kanälen sind in der Infobox unten angepinnt! In den Kommentaren! Dann, würd ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder! Können wir auf die gute Stufe so Marshmallow drauf und das so fliegen lassen? Das wär schon ziemlich cool, ne? Aber halt auch ziemlich eklig! Boi! Aber du musst zur Kamera! Auaah! Ich hab die ganzen Marshmallows und meine Hose bekommen! Neeeeee! Bis zum nächsten Mal.